Das hier ist die Nuklidkarte. Die Nuklidkarte ist sowas wie das Periodensystem der Elemente. Allerdings geht es beim Periodensystem der Elemente mehr um die Systematik der Elektronenhülle von Elementen. Bei der Nuklidkarte geht es jetzt um die Systematik der Kerne von Elementen. Deshalb auch Nuklidkarte, weil es hier um den Nukleus geht. Das hier ist jetzt eine Nuklidkarte, das ist eine Webseite. Es gibt sehr viele Nuklidkarten, auch Webseiten mit unterschiedlichen Informationen dazu. Und das hier ist einmal die vollständige Nuklidkarte. Also sowas wie das vollständige Periodensystem, so ist das ja auch die vollständige Nuklidkarte. Das ist eine interaktive Nuklidkarte und ich zoome jetzt mal ein bisschen rein, um zu sehen, wie diese Systematik der Nuklide funktioniert und wie wir die verwenden können, um Informationen rauszuholen, sowie auch ein Periodensystem nehmen, um Informationen rauszuholen. Also ich zoome hier mal rein. Und die Nuklidkarte ist immer gleich aufgebaut. In der Regel ist es immer so, dass entlang der x-Achse die Anzahl der Neutronen dargestellt sind und entlang der y-Achse die Anzahl der Protonen. Wie gesagt, es geht nur um den Nukleus und der Nukleus besteht nur aus Protonen und Neutronen. Und entsprechend ist auch die Systematik einfach nur, wie viele Neutronen sind im Kern, wie viele Protonen sind im Kern. Jetzt definiert ja die Anzahl der Protonen im Kern ein Element. Das heißt, die Elemente ordnen sich entlang der y-Achse hier über untereinander an. Das können wir hier auch sehen. Also hier drüben ist dann hier zum Beispiel Prometium, Samarium, Europium, Gardolinium und so weiter. Also offensichtlich befinden wir uns hier gerade in den seltenen Erden. Entlang der x-Achse ist jetzt die Anzahl der Neutronen dargestellt und damit die verschiedenen Isotope. Denn die Isotope definieren sich gleiche Anzahl an Protonen, aber unterschiedliche Anzahlen an Neutronen. Also hier unterschiedliche Anzahlen an Neutronen. Das bedeutet auch, wenn ich mir jetzt hier mal Gardolinium angucke, dass zu dem einen Element Gardolinium all diese Isotope gehören. Also Gardolinium hat sehr, sehr viele Isotope, eigentlich alle Elemente haben sehr viele Isotope, so 20, 30, keine Ahnung, Stück. Jetzt ist es so, dass man hier verschiedene Farben sieht. Also einmal das grüne, einmal das türkisfarbenen. Auf die, ich will hier nicht im Detail darauf eingehen, die Sache ist, dass alle farbigen Isotope sind radioaktiv und zerfallen meist sehr schnell, meisten Sekunden, Millisekunden. Und zwar zerfallen die grünen in diese Richtung bis zu den schwarzen und die schwarzen sind die stabilen Isotope. Und die türkisfarbenen zerfallen in diese Richtung, eben auch wieder bis zu den schwarzen, bis zu den stabilen Isotopen. Also das grüne und das türkisfarbenen sind wie so zwei Flanken an zerfallenen Isotopen. Und unten im Tal kommt man bei den stabilen Isotopen an. Und deshalb heißt, diese schwarzen Isotope nennt man auch hier an dieser Stelle das Tal der Stabilität, weil dort alle stabilen Isotope sich hinbewegen. Als letztes, was man jetzt noch als Information oder was als Information immer angegeben ist in Nuklidkarten, das sind verschiedene Dinge. Ich zoome hier mal sehr weit rein. Und zwar ist das so etwas wie die Halbwertszeit, dass ja das, was für die Kosmochemie auch mit einem interessantesten ist. Also beim Schwarzen steht natürlich Stable dran, weil es stabil ist. Hier bei dem CR haben wir jetzt eine Halbwertszeit von 137 Tagen, bei diesem CR von 4,4 mal 10 hoch kann ich genau sehen, 16 Jahren, 90 Stunden und so weiter. Also da lassen sich dann alle möglichen Informationen rausholen, wenn man sich für Chronologie interessiert, was für ein Isotopensystem wäre, vielleicht praktisch zum Datieren oder sowas, kann man hier nachschauen. Aber natürlich nicht nur für die Chronologie, sondern es ist auch für stabile Isotope wichtig, wenn man einfach wissen will, wie viel stabile Isotope hat ein Element. Wenn ich jetzt also wissen möchte, wie viel stabile Isotope hat zum Beispiel Neodymium. Neodymium befindet sich hier und dann gehe ich hier rüber und zähle nach und sehe 1, 2, 3, 4, versteckt sich vielleicht noch eins, wahrscheinlich nicht. Also Neodymium hat vier stabile Isotope. So ist also die Systematik der Nuklidkarte. Ich zoome hier auch nochmal raus, um dieses Tal der Stabilität genauer gut zu sehen. Jetzt kann man das hier sehr gut sehen, dieses schwarze Tal der Stabilität. Man kann auch noch sehen, dass bei sehr schweren Isotopen, dass die eigentlich alle instabil sind, oder das ist auch Uran, Thorium, Plutonium und so weiter. Das sind alles die instabilen Isotope. Für die stabilen sind alle die etwas leichteren. So funktioniert die Nuklidkarte. Das ist die Systematik der Nuklide von Atomen oder Isotopen. Und die ganzen Informationen, die dort eingetragen sind und die man für die verschiedenen Anwendungen in der Kosmochemie dann dort herausziehen kann. Also eine Anwendung. Mmt. Vielen Dank.